Die Novoplast Schlauchtechnik GmbH produziert seit über 20 Jahren am Standort Halberstadt Kunststoffschläuche und Profile in höchster Präzision. Die Einbindung in die Masterflex-Gruppe ermöglicht die Stärke eines internationalen Konzerns mit der Flexibilität eines mittelständischen Unternehmens zu kombinieren. Novoplast bietet eine enorme Bandbreite an Materialien und Produkten, die in der Industrie- und Medizintechnik Verwendung finden. Im Industriebereich, zum Beispiel im Maschinenbau, der Elektroindustrie sowie dem Automobilbau, stellt Novoplast unter anderem Pneumatik- oder Bremsspiralschläuche her. Schläuche für die Medizintechnik produziert das Unternehmen in Reihenräumen der Klassen 6 und 8 innerhalb eines Nennmaßbereiches von 0,2 bis 12 mm Durchmesser, also auch in der Mikroextrusion. Diese werden beispielsweise im Bereich Infusion, Dialyse oder Katheter eingesetzt. Individuelle Kundenwünsche für spezielle Anforderungen, Sonderentwicklungen oder Einzelstücke setzt der Problemlöser ebenfalls flexibel um. Novoplast Schlauchtechnik GmbH – die ganze Vielfalt.